so herzlich willkommen zu einer weiteren folge power metze metze power scheiße das merke ich mir nie hilf mir bitte ending dem metze power die metze power league wo die zweite ja also wahnsinn ist es ja zu exeter city die ihr erstes spiel haben gegen selting die ihr zweites spiel haben ja selting spielte unentschieden und exeter gemeint glaube ich oder auch noch gar nicht spiel erste spiel exeter gespürt stimmt die haben schon gespielt ja auch unentschieden weiß dann kann mich erlehnen blut das war gegen chicago feier und genau steams 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 verdrängt ja sorry falls ich mich wusste das werde die wahrscheinlich heute öfter hören diesmal ist es nicht die stimme die sexy erotische stimme sing sing dass sie sich nicht mit der stimme aber weißt du was ich gut kann mit der stimme ja singen hat schon im ersten spiel bisschen aufgezeigt mit seiner schnelligkeit erläggste nieder so Oh, wichtig. Der Wuxi! Genau. Oh, schön. Genau, der Wuxl. In Österreich war der der Wuxl. Bei den Chinesen ist er der Wuxi. Oh. Oh, Stock. Kann man gar nicht noch hin, dass der so groß war. Der hat nicht lange bei mir gespielt. Na man, stimmt aber der Exeter. Der nicht lange gespielt, weil er nichts gezeigt hat. Aber ich kann mich auch nicht noch hin, dass der so groß war. Ja, da zeigt er zum Beispiel, zieht er davon. Ich habe jetzt echt meinen Respekt vor ein bisschen schwächere Spieler. Nein! 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 Oh, da hat nicht mehr viel gefällt. Scheiß die Wandern. Das war ein guter Ausgleich. Das war ein guter Ausgleiches gewesen. Das sollte den eigenen Tor machen. Ja, es ist immer so. Es kommt darauf an, wie kannst du mit dem Spieler umgehen. Und Sie sehen, bei Makaten war das auch die Schnelligkeit. Die hat ihn wirklich unbezahlbar gemacht. Das ist unbezahlbar. Ne? Mit Karten. In unserer... Zivilon seine Torschüsse. Der war nicht schnell, der war nicht der technisch begabteste, aber der hat mich zu 90% schießen können, von wo er wollte. Bis steppert. Oh! Und der Ball war drin. Das hat ihn auch richtig stark gemacht. Hans Heldig spielt gut hier. Vor allem Sing eben. Oh, Alter! Was war das? Das war, glaube ich, das erste Eigentor in unserer FIFA 19 Ära. Bist? Du teppert aber. Oh shit! Nimm Wodka mit! Na! Ja! Ist das jetzt ehrlich für den Torwart gewertet worden das Tor oder für den Rückpass hinten? Na ja, für den Rückpass hinten wäre ja auch schön gewesen. Du hast das Eigentor gemacht. Ich habe ein Schießleugner, aber dein Pass war schon falsch. Ja, 2 zu 0 jetzt. Ja, jetzt kann es seltenlich wirklich seine Klasse mal aufzeigen, ob die ein bisschen vermisst wurde. Im letzten Spiel. Aber noch ist es ja nicht aus. Es hat ja schon eine Mannschaft gegeben, die konnte einen 2 zu 0 Rückstand hier aufholen und in einen Sieg verwahrt worden. Das war sogar letztes Spiel. Venedig, jetzt weiß ich es. Jetzt was du gesagt hast, letztes Spiel. Ja, gegen Laufe. Oh, gibt der Fallschuss? Alter, der ist gefeuert worden. Ja. Wuxi. Rogic ist jetzt ein bisschen wach in der Birne. Ah. Kein Rückpass mehr. Ja. Normal schon, aber jetzt immer. Wird das der erste Transfer eines Torwartes werden? Das ist eigentlich vom Stammgoli, der ein bisschen in die Premier League mitgegangen ist. Ja gut, 2 zu 0 Exeter, stellt sich das anders natürlich vor. Aber bis zu der Statistik ist auch geil. Deswegen gibt es hier gleich einen Doppelwechsel zur Halbzeit. Ja, ich wechsle noch nicht. Ja, ich wechsle noch nicht. Warum auch. Derweil ist man so erfolgreich. Hm. Schön. Das gibt's nicht. Boah. Der Ball nicht weggebracht, hm? Sing, 2. Na dumm, hingsprungen. Ja. Das gibt's nicht. Ich bin gar nicht zum Wegpuffen gekommen. Der macht mehr Tore als die zwei Star-Stimmen gemeinsam, mal da. Wofürchen. Wofürchen. Das ist nicht am 33. da passt allerdings nicht nur so da ist ja überall dran oder dieses sink das war ein allspaß das war wichtig ja und du hast mich auch noch gestehrer spiel jetzt schon fast debake kennt 3 0 schon an debake ich bin in eck von hast und mit denen bist du in die premier league gekommen na scherz na war jetzt nur ein blöder scherz da muss eigentlich aufpassen weil die spieler waren alle unentschieden knapp also da kannst du ganz schön schnell unten sein im keller der zweiten liga weniger mannschaften das stimmt und natürlich ist dann eine gute dort ist auch nicht so zum verachten genau sehr wichtig auf die dort die freunds videos getrackt na gut letzter wechsel mal schauen was in den letzten 20 minuten geht na gut wir werden da die defensive auch verstärken ein bisschen sing wir durchspielen kein griffith kein dembele ich weiß nicht griffith mag ich wohl ich will ihn immer haben aber er schießt irgendwie immer wenig tore bei mir immer ist jetzt immer darfst nichts sagen tschuldigung das gibt das gibt es echt nicht wer war das jetzt Haze Haze ja ich würde sagen Celtic hat einen Lauf tut mir natürlich irgendwie leid dass das gerade gegen Exeter so ist tut mir wirklich leid warum muss der nicht leid tun das ist der Fußball und man du hast mich eh auch schon mal abgeschossen so glaube ich oder war das Testspiel weiß ich nicht aber es ist man verdienst dann verdienst das dann bis beschafft ich erinnere mich nur an das Griechenland Match ich weiß nicht mehr gegen wen Italien du da gespielt hast aber ok Italien habe ich da gespielt das was war das 11-0 11-0 war ja noch 16-1 16-1 16-1 ok das ist irgendwie nicht gut gelaufen was das alles er jeder das ja exakt bekommt daher meine ordentliche klatsche auf jeden fall ja so gut hat es eigentlich gegen das das nächste beispiel für bitte so gut hat es gegen chicago feier geklappt haben alles gut gestartet mit einem unentschieden war sehr zufrieden auch gut bist du teppert das zieht sich wie ein roter faden durch jetzt irgendwie schön war schluss war jetzt auch immer gut der kapitän über die seite noch mal aber auch nichts war jawohl kai kino ganz wichtig für die moral ehrendreffer ja wuxi mit seinem ersten assist ja das war absatz ja nach wunsch ist es nicht abgelaufen für exeter sieht man darf jetzt nicht den kopf hängen lassen man muss jetzt weiter nach vorschauen für selte die haben natürlich demonstriert wo sie hinwollen was ihr ziel ist war auch klar ja jacke janssing der indische ja Ja, den hat er wohl eh schön übernommen. Ja, dann hier. Das wollen wir lieber ausblenden. Oh nein, wenn du so einen anderen Goalie-Katzes hieß. Er hat sich dann gut ausgezeichnet, sicher war dieser Patzer sehr dumm, muss man sagen, und sicher auch ein bisschen beeinflusst für das Match. Aber bei dem Tor war er chancenlos, sage ich. Ja. Beim vierten möchte ich ihm auch nicht viel Schuld geben, da hätten andere Spieler auch früher reagieren können. Weil er da sehr seitlich weggehechtelt. Schade, da waren zwei Spieler bei ihm zum Beispiel, da hätten das verhindern können. Da ist einer gelaufen, der hätte das verhindern können. Also so viel Schuld gebe ich ihm da nicht bei den Gegentoren, bis auf eben das Zweite, das muss er klar auf seine Kappe nehmen. Es war ein paar Mal morgens zu erzählen. Tr SHAKA, Tracker, das war jetzt nichts. Hier existiert plea für die Autonomie. Ja, Entschuldigung Leute, ja, Debakel leider selte gegen Exeter City, aber es wird wieder einen Sieg von Exeter geben, also eins wird den ersten Sieg geben, sehe ich ja. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, ciao und papa.